hallo und herzlich willkommen zum vorteil bei der shop video hier kommt mal rein bevor etwas neues gibt auf alle fälle gibt es weil seltene ginge und ich fahre mal rein los geht das war gestern konga, war gestern konga, gestern konga, gestern konga, gestern konga gewesen gestern neue ginge einmal giga spange hier mit dem biker mann charakter ok 2600 konga konga kostet gespanke ist schon neu und wir bekommen hier lego garten von legomogos von legomogos ja können wir in legomogos verwenden und das können wir auch in legomogos verwenden und das kann man auch in legomogos verwenden und das ist auch von legomogos ok gegen biker mann charakter kann man in belgoyomogos verwenden natürlich auch in legomogos normal und ja spange kostet 2600 pibas ist heute neu reingekommen und joa konga konga